Yo Leute, wir sind bei der Final Lahn Party und hier eine Aufnahme von Battlefront, eine Stelle von... Hier spielt jetzt... der sich jetzt nicht um die Pizze kümmern muss... Die schon fertig sind. Die schon verdrückt wurden. Was? Oder? Nein. Also das hätte ich gewusst. Und wir spielen... Wo haben wir sie mal gesehen? Ne DSP. Konzentrieren wir uns hier auf den einen Kuss. Das war meine beste Idee. Oh, ich will auch Speeder! Oh, Speeder fahren! Warte, ich mach jetzt einfach... Ich nehm jetzt den scheiß Tank. Ich weiß ja nicht mal wirklich... Ich weiß nicht mal... Ah! Wieso? David, du bist ein KS-er. Wie mit dem Tank-Krom. Der KS-er, Alter. Wie ist das so eine Klo-Raus-Idee? Nein! Machst du den? Ah, nee, du bist da geil. Oh, hast du ja so ein KS-er. Boah! Ich will euch umfahren. Du wohnst schon. Es ist nicht so, dass ich so ein KS-er. Du kannst auch da oben... Das ist echt ne Pferde eigentlich. Ja. Irgendwann mal, ne? So eine, alles. Vollendetes Parts und so. Sprengst. Sprengst. David, auf mich abzuschießen! Das ist in meinem Team, Mann! Ich bin auf der KS-er. Ich bin auf der KS-er. Ich bin auf der KS-er. Ich bin auf dem KS-er. Eins Hau. Nein, 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 nein! Glaubst du? Der kann man gar nicht noch beschießen, was er ist? Der KS-er. Der KS-er ist einfach... Oh, entlang. Ich fahr doch mal. Ich fahr doch mal. Oh, ja. Oh, ja. Oh, die letzte. Sie gehen wieder um sein Leben. Tanks. Tanks. Tanks ist lustig. Boah. Alter, dein Ape. Gut, dass du eine Deckung hast. Gut, dass du ein krasses Ape hast. Du musst dir gar keinen Schaden machen. 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 Die machen keinen Schaden. Nee, ich find sie auch. Ich kann sie immer nur so Fragen anschauen. Das ist ja auch nicht dagegen. Auf mit Menschen. How about no? Ich bin ja hier gegen Mati. Yeah. Wie geht man drauf? Wie geht man drauf? Zwei. Zwei. Nein. Dispel. Boah. Doppel. Ja. Du weißt jetzt nicht. Ich nehme das von meiner. Ich hätte dir die Idee, Teams mitzunehmen. Okay. Alter, was sind das für dreckliche Reakleten? Ja, die sind nicht gleich mal so genau. Die sind, äh... Das ist total unfair. Ich komm nicht mal zu den Hanks. Tanks, kompaktes. Ja. Dreck. Dreck. Komm, hol mal die Mine. Hallo, David. Dein Trick ist viel besser. Ja, klar. Das ist meiner. Der guckt doch nur auf zwei Wechseln, sonst wirst du scheiße bei Küken oder was? Ja, die nix treffen die sonst. Die sind auf dermaßen hinaus. Ich find die geil. Gold. Oh, warte mal. Das ist großer, die sich rein einfach an. Ich habe hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich versuche die Gefangeln. David... Ah! Sie können die Begriffe sein. Kann man's sehen? Die Gefangeln? Das ist ein bisschen waschen. Oh! Oh! Scheiße, jetzt wird's nicht. Ich will das auch nicht. Daneben! Tschüss, DSP. Hast du dich jetzt echt selbst getötet? Wut! Was hängt da? Ja, in der Fastball auch. Kannst du irgendwo hin tun. Ich? Nein. Ich hab aufs Kabel geschafft, Morg. Das bringt doch eh nichts. Alter, nee. Bist du ein Lapp. Ich hole dich noch. Direkte gegen. Ich stehe auf, das stimmt nicht. Das ist richtig. Ja, ja. Auf geht's. Guck, David, steig doch bitte. Der hat gar nichts. Der hat Masse anstrengen lassen. Der hat Masse anstrengen lassen. Das ist kein Techno-Bus vom Masse anstrengen lassen. Oh, nee. Oh, nee. Wohin besser. Oh, nee. Wohin besser. Wenn ich aussteige... Wenn ich aussteige... Wenn ich aussteige... ...durch. Komm. Matti Haas. Nein, ich bin schon wieder falsch gesprochen. Party Hard. Schreck. So viele neue Nachrichten. Aber du schielst zu mir. Ich schiel dich. Ich aktualisier dich auch irgendwie nur alle halbes Jahr mal. Ja, also jetzt ist das ein Internet von... David, komm, steig an! David, komm, steig an! Ich bin hier oben noch. Ich bin hier oben noch. Ich bin hier oben. Du bist einfach jetzt... Oh, Alter, war ich nicht die ganze Zeit. G'n Luftgeviel, ja? Ich bin hier oben. Huppea! Huppea! Oh, Opter! Warum, longtemps ab! Warum habt ihr so... Not today bro? Huppea! Nein! Au! Klettende Vor�utläsen! Wieso, du, aussteigen? Ich bin, ich bin Tänker. Hahaha! für der von mir! Ich bin der Tür. Was? Ne, ich... Ich... Das ist einfach ne richtige Enge. Ja, ja. Der Poof. Genau. GG. Kann man die eigentlich auch bohr fahren? Nee, das sind die Leute so schnell. Also man kann ja auch... NEIN, ich fahre auch noch mal auf die Milch! Loll! Ich bin so doof. Ja, Applaus! Ja, Applaus! Ich kann nicht rollen, krass. Aber mit Flieger. Echt? Ich weiß nicht. Du wolltest nur schlau sein. Einmal bei dir. Oha! Oha! Oh! Was ist denn jetzt? Ah! Echt? Gibt es? Nee, da wird den Leiden drin. Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Ist es für einsteigen? Ja, ja. Ja, warum ist es so gewöhnlich gegen Tank? Ja, ne. Start! Auf den Boden! Ja, wenn ich so ein Tank jetzt dann nicht schneide, hätte ich dann schlückche F. Ja, wenn ich so ein Tank jetzt dann nicht schneide, hätte ich dann schlückche F. naja und kein Be rajum. Trick! Jo! Ja, du sollst mal nicht strahen? Genau! Hör! Ja! Habe du Camper! Wollt er sich durch die Gerocke? Willst du hin? Nein! Ha! Ziel suchen der Rakete! Du musst eine Ziel suchen eine Rakete? Ja du können eine Das hab ich auch jetzt nicht mehr drauf gefunden Dass das geht Ich weiß nicht Er wird ja pissen, Baby Ich gehe auch ständig vorbei Niederdarmt 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 Was? Was? Es gab immer so schön Veränderungen So passiert ihn ja Mach mal was dein Move Wenn du gut bei dir spürst Okay Vielleicht kann ich nicht mehr Und Bisschen Mati hat doch noch etwas Ich bin beim Max Ja So ein bisschen Ja Aber nur so ein bisschen Ja Ich schieb deine Aufstieg nicht Ja gut Das ist gut Das war ja Doch Der Der Das geht auch nicht ab Der 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 Ich glaube... Das Maus, einfach mal so... Ich mach halt die Maus, oder? Ja... Das sind ein bisschen mehr... Sehst du es? HAH! Ich wurde entdeckt! Ich wurde entdeckt! Ich wurde ein! Ich bin unsichtbar! Ah, es ist... Der Pistel ist so runter! Der Pistel... Oh, ich schock jetzt mal nicht... Er tut so... Das ist der Snacker jetzt, oder? Ich keine Ahnung... Ich glaube links von der... Ne... Ich glaube wir haben nur die kleinen, oder? Ich bauch schon drüber drücken, oder? Ich bauch schon drüber drücken, also... Da sitzt links... Ja, bitte... Links... So nötig von der... Ich kann die... Ich kann die Kuppleschock weiter... Aktives Nachladen... Und die CSS... Immer Mungi kaufen... Ja, immer Mungi kaufen... Was war das eigentlich für den CSS, was wir da haben? Das hier ist 1, 6, 1... Das hier ist 1, 6, 1... Das hier ist 1, 6, 6... Ja... Ja, das ist so n... Kreuz... 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 So n' Kreuzung... Mischling... Mischling... Hey, wo bist du hin? Wie? Mati... Mati... Mati kann nicht... Sag... Sag... Noll da oben! Mati kann nicht! Sagt Philipp! Ja... Da oben! Eigentlich muss ja eine Mega-Fleece sein... Wenn wir hier oben kratzen... Ja... 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 Okay... Nein... Nee... Wies... Okay... Nein... Ja... Ja... Kann nix... Das sahst wie ein Gegner aus... Nee... D-D... Mach weiter so... Oh nein... Die OP war's... Achso... Ich glaube gut... Das ist definitiv... Oh... 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 Detelle war's... AH- Mhhh, nein... Ich war das nicht! Das... Das ist nicht so geil... HOLA... HOLA! Hey, muita... Halb ist, alles im? Dankloob. Sind wir auf der Map schon? Ja... Damit ohne sie passen. Wieso du runterfahrt? Nun du runterfahrt. Okay. Ich würde das mit Feuer haben. Ah! Sie sind leer. Sie sind leer. Bist du nicht verreckt? Wenn ich durch dich durchfahre, verreckst du nicht? Nee. Wollte nicht. Gehst du hier vor die Garten? Nein, Mati, ich komme wieder. Ich glaube, ich werde auch nicht schießen. Wollte nicht, Mati. Nur auf dem Weg. Hallo, David. Oh, nein. 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 Ich bin wieder vorbei. Ich hasse dich, DSP. Warum hasst du dich? Ich habe so einen richtig tiefen Hass gerade auf dich. Ich verstehe mich für die Geburt. Ich muss nur fächert werden. Oder so einen Scheiß. Keine Ahnung. Aufnahme ist vorbei. Die Aufnahme läuft gerade noch weiter. Tot würde ich sagen. Versicht Nation und Raum Map. Echt? Doch. Raum Map. Ich will aber auch Raum Map spielen. Nein, Mati, geh mir nicht auf die. Die Mehrheit ist für Raum Map. Ich will aber die Mehrheit. Raum Map, 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 Raum Map. Gut, dann gleich danke fürs Zusehen. Auch dieses Part der Final LAN Party. Und höchstens im nächsten Part. Wahrscheinlich im Raum. Schön mit Öl.